Die Dresdner Abwassertagung feiert eine aufregende Premiere. Seien Sie dabei, wenn die DAT am 20. April 2021 erstmalig online aus der Siebscheibenhalle der Kläranlage Dresden-Kaditz sendet. Freuen Sie sich auf inspirierende Vorträge, Diskussionen, Chats und Abstimmungen rund um das Thema Digitalisierung in der Wasserwirtschaft. Gemeinsam mit namhaften Branchenvertretern werden die Erwartungen an die europäische bzw. deutsche Wasserpolitik diskutiert. Die Macher der Dresdner Abwassertagung sind überzeugt, dass der jährliche Branchentreff auch online für einen produktiven Erfahrungsaustausch von Wasser- und Abwasserexperten aus ganz Deutschland sorgen wird. Melden Sie sich am besten gleich online an unter dat.info. Tickets ab 44 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020